ja servus Leute ich bin es mal wieder euer JV in die Grüße euch zu einem neuten live commentary heute mal Black Ops und die Spiele ein Stock und Stein auf der Map Junge Jungle nein Spaß und ja fangen wir mal an hier mit meinem Crossbow und wir gucken mal was hier so abgeht und da haben meine ersten angestickt 360 Tomahawk irgendwo hin und ich hab's immer reden dass ich ein Treffen werde mein Urin besetzt ja noch nie auf die falsche Bahn geführt aber irgendwann ist ja immer das erste mal kommt jetzt hoch oder wo ist da hin ups shit aber auf 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 Alter da leckte alle was das in der lecker ja nix naja egal immer noch erster hier Xavcar meiner meiner ohohoho geh und ähm Tomahawk Tomahawk hallo oh Sticker habe ich eine Präzision heute äh ich glaube heute eine Flasche Zielwasser getrunken so sieht es aus hier gut aber afgh aber egal ohooj unglaublich hier wie das abgeht ey ahhhh schade das wär schön gewesen das wär schön gewesen das wär schön gewesen ja ach shit aber hier schon sechs Stücken ne kann sie zeigen lassen ne auch so geil wär ich oder nächste hat mich geklaut du bist so ein wie der leck wie der leck jawohl es war kein direktes dick aber kommen fast explodiert damit schade ist und der einstig darum hitmarker statistik sie drei tolle alter alter junge alter wieso fähig denn so er wollte sagen 1960 der komischen warte willer war rf und der meister 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 faggucken wenn die klickemann im sprung stark du hast mich geohnt ja vorher erwartet eine präzision gut ganz nett ganz nach mann ich will nicht messen aber der ja aber nicht ja da hast du davon nicht da hast du davon das hast du davon ne dat alter präzision ohne ende präzision ohne ende okay das war jetzt oder er legt mich am arsch leck mich am arsch jawoll ja jawoll tomahawk in die luft und am besten ein treffen das wäre sogar okay ich musste messern tut mir leid reflex ich habe gewicht abgeblich schmitz katze okay das gehst du zurück dass das kann man ja shit shit also in tomahawk muss ich noch wenig üben oh nein hau 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 okay nein fail trick 17 so 45 sekunden noch ich glaube so gut weil ich noch nie in so einem game aber mir die goldmitte treffen oder schade 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 so okay der andere läuft hier mit einem knife durch das ist nicht kein tomahawk ich hab's gewusst wie er werfen wollte das ist ja immer so mache ich einfach mal genannt okay mhm 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 pfr uns die letzte kriege mann was für ein abschluss da gibt es ja kein ja mein score ist ein 26 4 tomahawks und der eimer kassiert ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten mal euer bis zum nächsten mal